Und Commander Shepard meldet sich wieder zum Dienst. Hier beim Aspekt und immer noch auf der Pinnacle Station. Wie heißt das? Pinnacle? Pinnacle? Auf der Pickle Station. Wo wir, glaube ich, auch noch fünf Jahre verbringen, weil wir jetzt neue Missionen freigeschaltet haben. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Ich wollte meine Zeit auf der Pinnacle Station sicher nicht in der Gitter verbringen. Pinnacle Station. Okay, hier gibt es auch gar keine Gitter. Aber auf jeden Fall haben wir ja jetzt hier neue, wunderschöne Missionen freigeschaltet. Nicht wahr? Hier sind wir erster, hier sind wir erster. Hier haben wir noch gar nicht teilgenommen. Für jedes noch ein Level, ne? Die würde ich doch gerne heute nochmal in Anspruch nehmen, weil ich sowieso keine Ruhe gebe, bevor die nicht halbwegs auf Platz 1 bestanden wurden. Brauchen Sie noch etwas? Joa. Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Einverstanden. Ihre Leistung wurde gerade bewertet. Sie haben nun Zugang zu den letzten Missionen. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Wird man denn als erstes? Weiß ich nicht. Machen wir mal jagen? Machen wir mal jagen. Fangen Sie mich für eine Jagdmission ein. Einverstanden. Für den Modus Jagd kann ich die Level unterirdisch Vulkangebiet oder Tropen anbieten. Oh, Tropen. Ich möchte Tropen ausprobieren. Ich nehme das Tropenlevel. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Danke. Ich möchte jetzt anfangen mit meinen zwei liebsten kleinen Schatzis. Ja, bitte. Los, Shepard. Sie müssen töten, damit die Jagdmission weiterläuft. Das muss ich bei Jagd nochmal machen. Einfach nur töten, ne? Warte mal. Bei... Ne, haben wir ja, ne? Ausrüstung. Was ist denn das hier? Schreller. Organische Ziele. Ich wollte aber übrigens die gegen... Das war ja gar nicht geht, ne? Jetzt habe ich natürlich wieder nicht... Jetzt verblendet mich gerade voll die Zeit. Organische Ziele? Organische Ziele? Was haben wir denn? Ich möchte gegen synthetische Ziele haben. Das hier möchte ich haben. Los, und weiter. Von wo denn? Von unten? Das klappt nämlich gleich viel besser. Boah, das Level ist echt scheiße dafür. Scheiße ist kein Ausdruck. Geh mal weg, bitte. Boah. Ne. Also ist ja nicht mal ein Level hierfür. Hallo. Hallo. Lasst euch töten. Ja, das fällt einfach tot um. Na, komm her. Hab dich gesehen. Kleiner Schisser. Hi. Oh Gott, das wird so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir aufpassen sollen, was wir haben müssen. Wo denn? Hier hinten. Hier hinten sind sie alle. Ach, die Scheiße. Ja, ja, ich weiß, dass Medi geht, das nicht gerade ist und so. Weiß ich noch. Das hast du jetzt mal in der letzten Aufnahme gesagt, aber ich weiß es immer noch. Im Endeffekt ja schon. Das ist gerade mal wieder unglaublich laut. Upsala. Upsala. So los. Kann ich hier nicht so schnell hingucken. Das ist so praktisch. Ja, machen sie sie fertig. Machen sie sie fertig. Mach dich fertig. Ich will ausgehen. Hier. Ach, die Scheiße. Ich hab doch noch gar keins gebraucht. Warum kommen denn hier so viele? Ach, die kommen da oben. Geh weg. Schieß den Weg. Oh, das sind mir jetzt viele. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Way too many. Das ist immer noch schade. Fall um. Jetzt kommen wir bestimmt gleich so ein dicker Bumser an, ne? So ein großer mit Bums und so. Sag ich doch, so ein großer mit Bums. Großer mit Bums ist tot. Noch ein großer mit Bums. Ach, komm her. Ihr habt gar nicht mehr so viele Bums wie früher. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Oh je. Wie viel müssen wir denn? Wo haben wir denn? Haben wir hier? Hier haben wir. Oh, komm her. Oh. Entscheidige dich, entscheide dich, in welche Richtung du gucken möchtest. Eieieieiei. Ich habe nicht gerechnet. Ne, hab ich auch nicht. Ehrlich zu sein, in so einer Situation möchte ich nicht auch noch rechnen müssen. 55. Und wie viel müssen wir? Na? Oh, Platz 1. Beim ersten Mal. Ich werd wahnsinnig. Ich lerne dazu, glaub ich, dass ich die Ausrüstung dem Level anpassen muss. Yeah. Kriegen wir los? Nicht schlecht. Aber wir fangen gerade erst an. Was? Nicht schlecht? Hattet 5 Kills mehr als der beste von euch. Arschgeigen. Ich bin stolz auf mich. Gleich beim ersten Mal. Wobei... Oh, Stufenaufstieg. Wobei, Jagd war, glaub ich, auch das, was wir gut konnten. Oder was ich gut konnte, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Was möchte ich denn aufleveln? Ich hab meine Pistole aufgelevelt. Ja, die ist super. Die mag ich auch. Das brauchen wir nicht. Sturmangriff. Nahkampfschaden. Benutze ich so gut wie nie. Kampfpanzerung. Technik, die müssten wir eigentlich... Also für hier brauche ich ja eigentlich keinen Fitness. Hm. Schwierig. Ich tendiere zwischen Fitness und Präzisionsgewehr. Hier werden wir das Präzisionsgewehr nicht brauchen. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch die Fitness nicht. Weil wir super sind und so. Was nehm ich denn? Komm, weil wir hier das nächste Dings haben, nehmen wir das hier. Jo. Wäre es lieber, wenn wir irgendwie zwei Punkte bekommen würden. Und ich möchte speichern, weil wir so einen Erfolg hatten. Geile sieben Minuten gespielt, schon... Schon alles prima. So, nächstes Level. Jo. Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd. Ich möchte jetzt gerne erobern. Erobern. Gute Wahl. Ich kann die Level Vulkangebiet, Tropen oder Unterirdisch anbieten. Ich würde gerne Unterirdisch machen, aber ich weiß doch, ich kann das doch nicht mehr. Ja, es ist ewig, ja. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Das kann auch jetzt ein bisschen länger dauern. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Weil da waren wir nämlich schon durch mit Schuss 1. Es ist nicht einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Den Punkt in welche Richtung denn? Den Punkt hier? Wow, guter Schuss. Also, ich müsste mal wieder... Das sind jetzt wieder... Das sind ja nicht Squad. Hier, Ausrüstung. Das sind jetzt wieder die anderen, ne? Synthetisch habe ich drin. Ich hätte gerne... Organische Ziele. Ausrüsten. Hau ab! Verdammt, Shepard. Das Medi-Gel ist dichter, Atis. Ja, ist doch gut für das Medi-Gel. Wo denn da? Wow, guter Schuss. Punkt ist eingenommen. Pass mich. Ich hätte vielleicht nicht einfach durchrennen sollen. Oh, oh. Achso, wir sind so ziemlich erschüchtert. Erschüchtert. Ich bin doch alles auf Zeit hier. Garrus, warum hast du die gleichen Sachen an wie die anderen? Wow, guter Schuss. Eingenommen? Ne, immer noch nicht. Auf zu überhitzen. Ei. Du auch weg. Weg, 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 weg. Und du auch weg. Huch. Der war auf einmal weg. Von da unten hin. Von unten hin kommt nie was Gutes. Ach, du heilige Scheiße. Wir haben es doch gleich. Verdammt, Shepard. Das Medi-Gel ist dichter, Atis. 1,31. Das brauchen wir bestimmt 1,20. Na? Doch, gar nicht so schlecht. Zwei Sekunden nur. Oh, ich fühle heute besser als ich dachte. Wahrscheinlich werde ich jetzt gerade total schlecht, aber egal. Weniger schießen, mehr einnehmen, weil wir nämlich genügend Heilung haben, dass wir das zu überleben. Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Juhu. Danke. Ja. Es ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Natürlich. Gleich hier und wo. Wir schießen es ja da hinten. Wir schießen es ja nur eine Überlebenssache. Das ist halt doch mal still, du Bastard. Hallo, Arsch. Oh, ich laufe schon wieder. Das ist noch drauf. Alter, jetzt hör doch mal. Jetzt kannst du mal. Nein, hierhin kann ich nicht. Vorhin bin ich ja auch. Schon verkackt. Schon verkackt. Könnte gleich aufhören eigentlich. Oh, egal. Guckt ihr euch mal um den? Okay, ich gucke mich wieder. Und los. Sorry, Shepard. Aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Hallo, ihrs. Aua. Lasst mich. Oh, oh, oh. Jetzt war ich aber gerade ein bisschen unaufmerksam. Ein bisschen. Egal. Das wird knapp daneben wieder. Nö. Und die zehnte Sekunde daneben, ne? Garantiert. Na? Nein. Oh, guckt euch das an. 337, 47. Super. Ja, super. Ist anders. Was sage ich, wenn wir das A daneben stehen? haben, dann sind wir ja super duper duper, oder wie? Oder was ist das A? Ist wahrscheinlich kein A. Was sieht so aus? Ihr Team hätte seine einzigartigen Fähigkeiten nur besser einsetzen können, wenn sie beim Kämpfen geschielt hätten. Was? Das war gerade voll die Beleidigung. Aber da habe ich das falsch verstanden. Das war... Also meiner Auffassung nach war das gerade voll eine Beleidigung. Beleidigung. Der kleine... Hä? Oder ist das falsch? Das war doch mehr als eine Beleidigung, wenn er sagt, besser als wenn sie geschieht hätten. Ne? Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Ich wollte meine Zeit auf der Pinnacle Station sicher nicht hinter Gittert verbringen. Habt's für ein Arschloch. Naja, egal. Wir sind einfach gut. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Wir sind eigentlich überhaupt nicht gut. Wir sind einfach nur... Wir haben so viel Energie, dass die Bots so schwach sind, dass wir nicht gleich dort umfallen, wie zu Anfang. Egal, ich möchte gerne... Überleben machen. Ich wähle den Modus Überleben. Wählen Sie ein Level. Ich kann Vulkangebiet, Tropen oder Unterirdisch laden. Da hat sich gerade auch ein bisschen... ...quengelig angehört, ne? Unterirdisch. Wählen Sie mir das Level Unterirdisch. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Die gefallen mir alle nicht. Los, Gott annehmen. Jo. Es muss nicht schön sein. Bleiben Sie einfach am Leben. Ja, natürlich. Schaffe ich. Glaube ich. Hoffe ich. Ich frage, wie lange. Achso, jetzt muss ich wieder... Ich sollte mal aufpassen, was... Nein, was ich in welcher Reihenfolge mache. Jetzt muss ich mich hier wieder und dann... Blister wieder. Alter. Das Überleben wird aber nichts hier, ne? So, wie ich mich da anstelle gerade. Alter, mit den dicken Bubsern. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und ich würde gerne einmal kurz... ...kurzt. Äh. Wo war das das hier? Diesen und diesen. Können Sie jetzt nur noch diesen machen? Und dann noch... ...diesen hier. Alter, Junge. Junge. Ja, hab ich gemerkt. Sie ist auch gerade ein bisschen heftig hier. Lassen wir noch meine Truppenmitglieder. Noch so ein dicker. Guter Anführer ist auch gut. Und nicht so schlecht wie ich. Natürlich, schaffen wir. Schaffen wir. Kein Thema. Die Dicken sind echt fies. Mann. Kann ich meinen Squad wieder beleben? Nö. Scheibenkäse. Oh, Leute. Kann ich jetzt meinen Squad... Nein. Tod. Ich wollte gerade sagen. Zweites Medigil haben wir glaube ich nicht, ne? Oder doch? 1,39. Das war aber sehr wenig. Das könnten wir länger machen. Platz 11. 1,20. Das schaffe ich im Leben nicht. Naja. Brauchen wir noch was zu tun, Leute. Aber sowieso habe ich gerechnet, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten beiden schon länger brauchen. Vielen Dank.